Musik Als medizinische Fachangestellte habe ich nicht nur in den Spezialambulanzen die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, sondern auch in der Kindernotaufnahme mindestens einmal in der Woche helfen zu dürfen. Und von den kinderkranken Pflegern und Pflegerinnen viel Input mit nach Hause zu bekommen und dortvon auch zu lernen. Wir sind vielfältig. Bei uns in den Ambulanzen ist die Arbeitszeit mit den kurzen Pausen super geregelt. Ich arbeite in der Notfallversorgung zwar im Schichtdienst, aber nie nach. So kann ich meine Freizeit flexibel gestalten. Wir sind flexibel. Wir sind flexibel. Wir sind Faktor-Phot. Wir sind passingласт ikke.